Die Delfine werden welche schlafen. He he, ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Ich bin blind. Ich bin blind. Den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Und? Wie arbeitet es sich so unter meiner weisen Führung? Ohhhh... Ich muss los. Ich habe Wich-Anf. War ich echt schon? Komm, Fischi-Fischi. Was soll das denn? Na was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da! Wer in fünf Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Mein Delfinisch ist derart akzentfrei, dass es ihnen die Sprache verschlagen wird. Hm. Und jetzt... Halt! Zum Wahrsager. Denn der verrät mir die Lottozahlen. Ich wollte zwar ja nur bis zur Banana, aber als es nicht geklappt, dann hätte ich es sein lassen. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha! Aber... Ich will dich nicht... Ich habe es. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nee. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feitschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern... Das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Ich sehe aber das... Hey, Gohl! Alles gut bei... Mir ist langw... Okay, Baby-Goal. Naive-Goal. Baby-Goal. Oh, zu süß. Zucker. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Nächstes Jahr schon? So ist es vorherbestimmt. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen. Weißt du? Oh, da kommt er. Worüber habt ihr gesprochen? Äh, nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja. Lass mich das umformulieren. Mhm. Werden wir reich sein? So Lottogewinn reich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut. Ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Werde ich verhindern, dass Gold Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ähm, ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Werden wir Donna Gold rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Kommen Gold und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst einbekommen. Wow. Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht. Lass mich das... Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit... Lass mich... Ähm, wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene. Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Was? Was siehst du denn da? Das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fern zu halten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Die naive Go wäre bereit dazu mit uns... Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier. Du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen. Nämlich, welche Folgen... Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Gern. Das ist doch alles Reibach für hier. Ich sehe, du planst um dein Schicksal aber so und das schick. Ich sehe, du aber das... Ich sehe aber das Schick. Ich sehe aber das Schick. Pssst. Ich will wissen, wie es weitergeht. Pssst. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und wer ist das Pfeifenkopf, Männchen? Das ist der Seher. Wie sehr? Äh, sehr Seher, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, sowas ist lustig. Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Ein Moment noch. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Mein Reden. Wenn ich mir den Mist nur eine Sekunde länger hätte anhören müssen, wäre mir sicher der Kragen geplatzt. Beerd mich bald wieder, aber lasst euch ruhig Zeit damit. Hä? Okay. Hey, Goal! Alles ist lang. Kommst du mit zum Wawon? Ein Waser-Born. Warum soll ich? Ich glaube ja. Ich meinte eigentlich dich. Oh. Weiter geh ich. Hey, alles gut. Und ist es nicht? Kommst du mit zum Erwund ein? Boah! Ich muss die Kugel bekommen. Ansonsten. Oh. Da kommt er. Das ist doch alles Reibach. Ich fühe hier. Ich sehe du aber das. Nicht doch schon wieder. Dieses Mal wird es besser. Versprochen. Und hier kommt schon die neue Frage. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das ist doch Humbug. Lass rein. Wie ist das? Was sagst du jetzt? Also langsam macht er. Darf ich mal? Ja, aber... Wie war das gleich? Das Maß ist endgültig voll. Ja! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. Ähm, so wartet doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humm. Lass... Ein Moment. Wie war das gleich... Ich habe mir nichts gebracht. Also... Aber... Oh... Das... Das... Waaah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. Ähm... So wartet doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hebt euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Stehen in den Sternen. Was war das denn jetzt? Es steht in den Sternen. Okay. Aber... Dass man das zweimal machen muss. Interessant. Also... Also... Darauf muss man auch erstmal kommen. Also... Die Entwickler spielt schon mal mit Mechaniken, die man nicht so ganz bewusst... Also zum Beispiel das Musik ausschalten. Nintendo hatte auch mal dieses Gimmick, dass man sogar seinen DS umklappen musste, damit man weiterkommt. Das fand ich auch interessant. Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Äh... Ah... Vielleicht meinte er das. Der Guru hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Der Guru hatte doch recht. Jetzt tut es mir fast leid, was ich... Der Guru hatte doch recht. Jetzt tut es... Ich hoffe, ich muss mich nicht merken. Lotto-Spielen hat nicht mehr. Nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Bingo! Hey du! Ich möchte meinen Gewinn abholen. Ich... Danke! Geht doch! Dann... Gericht. Ich... Sollte Kupfer Irgendwie hat sich die Müdigkeit wieder gelegt, jetzt kann ich doch noch ein bisschen, ich weiß nicht, aber ich mach gleich doch, doch. Alle brössierten Meeresäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern, flossen hoch! Macht aber stolz! Hey, Yana! Ah, du dem... Du wie? Musik 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 Jetzt muss ich glaube noch bei Isla Obacht das ganze, aber mir fehlt doch noch Wasser, oder? Und die passende Gäuil, B B B B B Baby Gäuil B B B B Baby Gäuil Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. Hm, du hast recht. Das klappt so noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Ich glaube, das müssen wir alles kombinieren. Dafür brauche ich kein Glück. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Hä? Dafür brauche ich kein Glück. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Hm. Der Duftbaum riecht nach Weide. Ach, was soll's. Man soll eh keinen Regenschirm bei Gewitter aufspannen. Dafür brauche ich kein Glück. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Ich kann mich vollständig auf meinen Sachverstand verlassen. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein... Oder wofür? Ich habe einen Plan. Na klar. Und jetzt? Ja. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Oh. Okay. Hier höre ich erst mal auf. Ich werde von der Müdigkeit übermannt. Dann bedanke ich mich für den Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich werde von der Müdigkeit überwenden. Ich werde von der Müdigkeit überwenden. Ich werde von der Müdigkeit überwenden. Ich werde von der Müdigkeit überwenden.